Was geht ab Leute, Zane ist wieder da und zwar heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 989 mit dem Titel Fühlt sich nicht nach Verlieren an. Die Cover Story mit Pound geht weiter und wir sehen auch drei der Nummern tauchen im Kapitel auf, alle natürlich betrunken und Big Mom meint es handelt sich hier um Fehlversuche von antiken Riesen aus Punk Hazard. Das heißt die ganzen Numbers waren alles wahrscheinlich mal normale Menschen, an denen irgendwelche Versuche oder Experimente durchgeführt worden sind, um sie zu antiken Riesen zu machen. Und das könnte doch recht interessant sein, denn wir hatten ja damals die Szene, wo glaube ich Chopper und Nami in so einen Raum reingekommen sind, wo alles vereist war und wo man halt lauter komische deformierte Menschen gesehen hat. Das waren wahrscheinlich alles solche Fehlversuche und die, die es überlebt haben und die, die nicht gefangen worden sind, sind jetzt eben Kaidos Numbers. Die Frage hierbei ist nur, wie ist Kaido denn an die überhaupt rangekommen? Das lässt wieder darauf schließen, dass möglicherweise auch Kaido selbst ein Experiment war. Und wo ich gerade drüber nachdenke, Weevil sah einen dieser Typen, die im Eis eingefroren waren, auf Punk Hazard relativ ähnlich. Könnte auch Weevil möglicherweise einer dieser Experimente sein? Oder war er vielleicht auch mal einer der Numbers und ist irgendwie vor Kaido abgehauen oder ähnliches? Oder ist irgendwie Bakken an Weevil in irgendeiner anderen Form rangekommen? Das könnte noch sehr, sehr interessant sein. Ich bin mal gespannt, ob da im Kapitel noch mehr dazu gesagt wird. Robin und Jim Bay kämpfen endlich zusammen und weiteren Details zufolge sollen sie wohl Big Mom nach draußen befördern. Und das würde ich wirklich sehen. Ich meine, bei Jim Bay haben wir ja damals schon gesehen, dass er Big Mom doch schon ein bisschen weghauen kann. Bei Robin glaube ich das irgendwie noch nicht so ganz. Außer wenn sie halt wieder so einen riesen Fuß oder riesen Hand wachsen lässt, dann könnte es schon sein. Aber das wird bestimmt ein paar coole Szenen geben. Ruffy will zu Kaido, wird aber von King und Queen aufgehalten. Sanji geht es zum Glück gut, dank seines Raidsuits. Hier, Goro sagt, fühlt sich nicht nach Verlieren an. Und deswegen auch der Chapter-Titel. Und am Ende des Kapitels sehen wir dann alle Strohhüte zusammen. Und das waren auch schon die Spoiler zu Kapitel 989. Ich hoffe auf jeden Fall, sie haben euch gefallen. Wenn ja, drückt einmal auf den Like-Button. Wenn ihr keine Spoiler mehr verpassen wollt, dann wisst ihr, was ihr zu tun habt. Einmal den Abo-Button drücken. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!